Audio to go präsentiert Die Pfanne brät nicht! Eine Kassiererin rechnet ab Von Alice Diestel Es liest Mirja Bös Für all die Kunden, die mir ans Herz legten, schreib doch mein Buch! Hier ist es, jetzt kauft es auch! Und für meinen Mann und meine Kinder, die nach der Arbeit all die Geschichten als erste zu hören bekommen und oft ein nervliches Wrack statt einer ausgeglichenen Ehefrau und Mutter an ihrer Seite haben Danke für eure Geduld! Montagmorgen, kurz vor 8 Uhr An unzähligen Orten im ganzen Land Die Spannung ist kaum noch zu ertragen Gleich ist es soweit Noch ein kurzer heimlicher Blick auf den Einkaufszettel in der vor Aufregung feuchtklebrigen Hand Das Hirn arbeitet auf Hochtouren, um die strategisch günstigste Route festzulegen Gleich einer, bis zum letzten Schritt ausgefeilten Choreografie von Detlef Die Soest tanzt man in Gedanken zum Erfolg Ein abschätzender Blick wandert zu den anderen Wartenden Ob es sich wohl um ernstzunehmende Konkurrenten handelt? Muss man sich Sorgen machen? Ist der Nachbar körperlich überlegen? Oder eher mit einem flüchtigen Seitenkick Fuß lahm zu machen oder gar aus dem Feld zu nocken? Zwischen einigen entwickeln sich sogar zwischenmenschliche Beziehungen Soll heißen, heuchlerische Gespräche, in denen man mit Nachdruck betont, nur rein zufällig hier zu sein? Natürlich Niemand würde freiwillig zugeben, sich mit voller Absicht diesem Wahnsinn auszuliefern, der zweimal die Woche hier stattfindet Vielleicht, weil er sich dann eingestehen müsste, dass er selbst ein klein wenig vom Irrsinn befallen ist? Aber nein! Der böse Gedanke wird sofort beiseite geschoben, denn plötzlich kommt Unruhe auf Die Türen der Traumfabrik öffnen sich wie von Geisterhand und das Drama nimmt erbarmungslos seinen Lauf Es gibt kein Zurück mehr, denn man ist umzingelt von rollenden Einkaufswagen und drängenden, schwitzenden Leibern Für kurze Zeit ist man nicht mehr Herr der Lage, bis man sich auf die Macht seiner kantigen Gliedmaßen besinnt und diese dann auch rücksichtslos zum Einsatz bringt Ellbogen stoßen nach rechts und links Füße treten gezielt aus Schmerzensschrei werden ignoriert Und dann Dann endlich ist der Weg frei Der Weg ins Paradies Der Himmel auf Erden für Schnäppchenjäger Das Nirvana erreicht man im Discounter Ohne Scheiß Und genau hier beginnt meine Geschichte Ich bin eines dieser bemitleidenswerten Geschöpfe, dem die Geisterhand gehört Die allmorgendlich den magischen Knopf drückt Der Knopf, der die Türen zum Paradies öffnet Dem der Kunden wohlgemerkt Und damit all den kleinen und großen Absurditäten Einlass gewährt Mit der eine Kassiererin im Supermarkt konfrontiert wird Ob bei Lidl oder Penny, Aldi oder Netto In jedem Discounter werden die Verkäuferinnen wohl von ähnlichen Erfahrungen und Begegnungen berichten können Wie ich im Nun ja, das Kind muss einen Namen haben Fritz oder Franz Jupp oder besser Karl Nun, nennen wir es doch einfach und treffend Theo Dass Theo sich aus dem Griechischen für Gott ableitet, ist reiner Zufall Obwohl es so ganz ohne den einen oder anderen Seitenhieb auf die Philosophie der Discounter natürlich nicht geht Handelt dieses Buch nicht von den in den Medien immer wieder kritisierten Arbeitsbedingungen Es ist vielmehr eine Art Gesellschaftsstudie mit einem lachenden und einem weinenden Auge Ganz im Sinne von Weiß die Menschheit, wie bescheuert sie ist? Es enthüllt die nackte Wahrheit über das merkwürdige Verhalten des deutschen Otto-Normalverbrauchers beim Einkauf Dunkle Abgründe werden sich auftun Und manch ein Hörer wird sich fragen Gibt es solche Leute wirklich? Oder bin ich am Ende gar selber so einer? Der eine oder andere wird sich den Schneewittchenspiegel vorhalten und erkennen müssen Das bin ja ich! Dazu möchte ich anmerken, dass die Personen und Handlungen keineswegs frei erfunden sind Und jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen voll beabsichtigt ist Sollten Sie, lieber Hörer, zu den Menschen gehören Die sich selbst als absoluter Monarch in der Beziehung zwischen Dienstleister und Kunden sehen Für die Kassiererinnen nur Menschen zweiter Klasse sind Hören Sie dieses Buch besser nicht Kloppen Sie es in die Tonne Die ungeschminkten Tatsachen könnten Sie zu einem weiteren wutschnaubenden cholerischen Kunden mutieren lassen Wenn Sie das nicht sowieso schon sind Mein Bericht kann auch als verzweifelter Hilfeschrei all derer verstanden werden Die Tag für Tag das seltsame Verhalten der Kunden am eigenen Leib zu spüren bekommen Als Angestellte in Supermärkten oder anderen Konsumgüter Umschlagplätzen Vielleicht bewirken meine Zeilen sogar Sie могут auf Angestellte in Supermärkten im Supermärkten